Karin Jacobson war eine deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Leben Karin Jacobson spielte ihre ersten Filmrollen Ende der 1940er in verschiedenen Nachkriegsfilmen. Dort hatte sie unter anderem Rollen in die andere Artisten Blut und Furioso. Eine kleine Rolle spielte sie 1952 unter der Regie von Kurt Hoffmann in der Komödie Wochenend im Paradies. Neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin arbeitete Jacobson in den 1950er Jahren auch als Drehbuchautorin, unter anderem bei den Filmen Männer im gefährlichen Alter, Fräulein vom Amt und Wege des Zufalls. Regie bei diesen Filmen führte Karl-Heinz Schroth. Außerdem spielte Jacobson auch Theater. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sie unter der Intendanz von Willi Mertens ein Festengagement am Talia-Theater in Hamburg. Dort spielte sie 1948 neben Karl-Heinz Schroth in dem Stück Die Hofloge von Karl Farkas. Weitere Rollen am Talia-Theater waren Tatjana in dem Theaterstück Tovarisch von Jacques de Waal, Elmeier in Tartüff, Estelle in Die tätowierte Rose, Irene in dem Schauspiel Geliebter Schatten von Jacques de Waal und Florenz in der Uraufführung des von ihr selbst verfassten Lustspiels Wege des Zufalls. Weitere Bühnenrollen spielte sie am Talia-Theater in MRS. Cheneys Ende von Fréteric Longdale und in Spiel im Schloss von Ferenc Molnar. Jacobson wechselte später zum Fernsehen, wo sie weiterhin als Schauspielerin und Drehbuchautorin arbeitete. Im Fernsehen übernahm sie unter anderem Rollen in Adaptionen verschiedener Theaterstücke von Noel Kuat, Jean Giraudou und Jacques de Waal. In späteren Jahren hatte Jacobson nur noch wenige Filmrollen. 1971 spielte sie in dem Film Das Freudenhaus unter der Regie von Alfred Weidenmann die ehemalige Prostituierte Rosa, die sich nach einem bürgerlichen Leben sehnt. Für ihre Darstellung wurde sie mit dem Filmband in Gold ausgezeichnet. 1979 sah man Jacobson nochmals im Fernsehen in der Komödie der Mythe Theodor einer Aufführung aus dem Kölner Milowitsch Theater, die vom Westdeutschen Rundfunk aufgezeichnet und in der ARD gesendet wurde. Sie war außerdem als Hörspielsprecherin des Nordwestdeutschen Rundfunks unter anderem in Gestatten Mein Name ist Cox und des Bayerischen Rundfunks tätig. Jacobson schrieb als Autorin insbesondere Lustspiele und Boulevardkomödien unter anderem die Posse Pechschule, die Komödie Wege des Zufalls und Boomerang. Bei vielen ihrer Stücke führte sie später bis in die 1980er Jahre hinein auch regelmäßig Regie. Eine ihrer letzten Regiearbeiten war 1987 die Inszenierung des Lustspiels Tratsch im Treppenhaus mit Jenny Jürgens am Theater Die kleine Freiheit in München. Außerdem bearbeitete sie Stücke anderer Autoren. Jacobson war zeitweilig mit Karl-Heinz Schroth verheiratet. Aus dieser Ehe stammt ein Sohn. Karin Jacobson ist auf dem Nordfriedhof in München begraben. Filmografie 1949 Die andere Artistenblut 1950 Furioso 1952 Liebe im Finanzamt 1954 Männer im gefährlichen Alter 1954 Vorlein vom Amt 1961 Quadrille 1963 Amphitryon 38 1963 Die volle Wahrheit 1966 Tovarisch 1970 Scher dich zum Teufel, mein Engel 1971 Das Freudenhaus 1973 Mordkommission 1979 Tatort Der King 1979 Der müde Theodor 19 Wie im 2014 Wie im 2019 15 2015 2016 2021 2020 2020